Bist du jung, bin ich alt, wollen wir andere Dinge. Lebst du in Köln und ich in Datteln, wollen wir andere Dinge. Bist du arm, bin ich reich, wollen wir vielleicht andere Dinge. Vom Leben, vom Staat, von der Gesellschaft. Und das immer mitzudenken, ist natürlich total anstrengend, aber als Journalistin finde ich übrigens unerlässlich.